Assalamu alaikum boys and girls, hier ein kleiner Vlog von der Cityscape 2022, letzter Tag und das ist proppenvoll hier auf der Cityscape, ich kann es euch sagen, ich mache noch ein kleines Video dazu, deshalb unbedingt bis zum Ende des Videos schauen, denn wir erklären noch ein bisschen, was hier gerade abgeht, denn 99% der Leute sind hier Agents, ich bin hier mit Abdallah von Shobah, und you will explain us a little bit of the project, right? Absolutely, wir würden gerne, das ist unser neues Projekt, die Shobah 1. Now, das Projekt wurde von einem der Top-Developers und der Golfer. Shobah? Absolutely, Shobah. Und die Golf Course ist absoluten, von der Top-Notch Person in Golf. Who ist das? Das ist Mr. Peker Parker. Okay. Und jetzt, die beste Sache ist, die Design von dieser bestimmte Geburt, all right? Es ist ein bisschen ein Lego-Pieße, und sehr shiny und Glossy-Finishing auf das. Und es ist auf der Rasalcoa, right? Es ist absoluten, auf der Rasalcoa. Okay. Und du hast verschiedene Podium-Levels, die alle zusammengezogen, alle zusammengezogen. Sorry, können wir kurz mal schauen, die Bildung? Danke. Awesome. So, vier verschiedene Podium-Levels, haben alle verschiedene Teams, aber dann inter-connected mit einem anderen. So, das ist die beauty von dieser bestimmte Geburt. Awesome, awesome. Okay, so wie viele Units sind wir in total? In total, wir haben rund 800 Units in all fünf Bildungs. 800 Units in all die fünf Bildungs. Okay, so das ist die tallest one, how big ist es? 65 floors. Und die lowest one ist? Die lowest one ist 32 floors. 32. Okay, amazing. Und es ist auf der Rasalcoa? Absolutely. Du hast eine Art indication auf die Preis, es ist nicht yet launched, right? Die starting Preis ist 1.15 Millionen Durhams für eine eine-bedroom-apartement. Okay, ich habe es. Und es ist bereits in? 2026, December. 2026 in December? Yes. Okay, so vier Jahre construction site. Absolutely. How is the response from the investors right now? We have sold out 75% of the building. Mashallah. How many did you sell? I sold three floors. Oh, wow. So, yeah, Alhamdulillah. So, you buy the dinner tonight? Why not? Okay. No, no, quick one. What is the intention of this? Like mostly end users or mostly investors? Investors. Because this is an upcoming project in Rasalcoa. This is the first building, which has been launched in that particular area. So, their rental income, their ROI and your capital gains will be the highest with this particular project. Absolutely. Okay, awesome. Thanks for the introduction. Thank you. And we'll offer it to all of our clients in Europe. Thank you. If you have something left until then. But we'll hurry up with the cutting. So, die Psychologie des Marktes hier in Dubai. Wir sehen, diese ganze Messe ist voller Agents. Wir haben gerade den Kollegen gehört. Shoba hat hier einer der größten Stände. Die launchen hier, keine Ahnung, tausende von Wohnungen und Villen und so weiter und so fort. Alles gekauft von Großinvestoren. So, wir Europäer, vor allem vier Jahre in die Zukunft, also komplett Banane. Wir Europäer, wir sind jetzt nicht bekannt, um ganze Stockwerke zu kaufen für etwas, was vier Jahre in der Zukunft ready ist. Alle, die da drin kaufen, wollen flippen. Alles, was hier gerade passiert in Dubai, ist inflationäres Geld, das in den Markt hier reinfließt. Meistens aus Russland, Ukraine, aus anderen arabischen Staaten etc. Wir werden natürlich aber aus Europa, aber da als Full-Floor-Käufer, das heißt, die lassen ja nur den Access auch wirklich für Full-Floor-Buyers teilweise, ist es wirklich so, dass wir sagen können, zu heißes Eisen, um sowas anzufassen, als ganzes Stockwerk, sich zu committen, hier einen Paymentplan abzufolgen und dann wieder nicht vergessen, kurz vor Fertigstellung, kommen alle Units an den Markt und alle wollen ihre Wohnung wieder losbekommen. Deshalb überleg dir mal, was da wirklich der Capital Gain ist und was deine Rendite daran ist in vier Jahren. So, wir haben gerade einen ganz heißen Tipp bekommen. Wir sollen mal zu der Markt gehen und mit den Leuten da sprechen. Und Azizi ist ja auch noch da, das heißt, nur die ganzen hellen Schäfchen auf der Wiese sind hier auf der Cityscape vertreten. Azizi übrigens gerade vor drei Stunden mit einem Announcement rausgegangen, dass sie den zweithöchsten Tower der Welt bauen werden. Also nach Bingatti, die gerade den höchsten Residential Tower der Welt announced haben, kommt jetzt Azizi mit dem zweithöchsten Tower der Welt. Also ganz, ganz, ganz vertrauenserweckende Geschehnisse hier am Dubai-Markt, natürlich. Und deshalb bin ich sehr, sehr gespannt, was mir die Kollegen am anderen Stand noch so erzählen. Während wir unseren Weg hier Richtung die andere Seite der Messe machen, kurzer Tipp. Arada, sehr, sehr geiler Bauträger, tatsächlich aus Abu Dhabi, haben ein ganz interessantes Projekt gerade gelauncht. Und zwar in Jumeirah Golf Estates, Townhouses, Endunits, Middleunits, Standalone Villas, auch relativ bezahlbar. Ich sage mal, zwischen 4 Millionen geht es los. Und dann natürlich nach oben sind natürlich keine Grenzen, 7 Bedrooms, Standalone Villa, Pool, bla bla. Der ganze Schebang gibt es dann natürlich hier. Aber das ist ein ganz, ganz geiler Lifestyle für Enduser, würde ich auch jedem Europäer empfehlen. Und wer dazu mehr Infos haben möchte, kann mich natürlich gerne anschreiben. Ne, warte, anschreiben oder anrufen. So rum. So, jetzt schauen wir mal bei Azizi vorbei. So, spontan Vitali getroffen. Vitali, right? So, spontan Vitali getroffen mit seiner neuen Real Estate Software. Let's see what he has in the pocket. Okay, Liz. Okay, so we have IT-Products. This is IT-Solution for Real Estate Niche, for all the brokers and all the developers, we unite them. And the idea is that the client from any part of the world can buy the property in just 10 minutes. Okay. Yeah. So, we'll tell you how it's gonna work. So, the brokers have a unique possibility to form the presentation in just 5 seconds, not spend much time on PDF documents, and communicate instead of WhatsApp chats, just in one app. And he will see all the chess view, the availability in real time. Okay. Yeah. Awesome. So, how do you get the developer's information? Because the developer puts his unit, inventory, in our app, but it's completely encrypted, so we don't get this information, and it's through API. We connect through API, which means that we don't get any data, any personal data from them. This is like the thing that we were looking for an API developer, and it was sitting, funnily enough, also in Russia, to connect the WhatsApp with the pipe drive. You know, that we were starting. So, this is basically what you use, this is the solution for it, right? Like a CRM offer for WhatsApp. Okay, interesting. So, what's the cost? Our business model is interesting, because this is completely win-win situation. The developer pays only for the result, which means that he pays 0.2% from each sold unit. To you? Yeah, yeah. To the company. Okay. Interesting, interesting. Nice one. Yeah, if you have a test version, we'll test it, definitely. Yes. We will have in 30 days the first launch. Okay. Yeah, so you will be able to explore it and to see how it works. Yeah, I saw his networking like crazy right now, yeah? Yeah, lots of people. I love it. Every day, oh my God. Yeah, that's amazing, that's amazing. Keep it up, keep it up. I love it. Thank you. I love it. So, really, really.io. Go for it. Hello, you're from Daman. Yeah, I'm from Daman. Okay, nice. Can you give us a little bit of presentation of the project? Yeah, sure. We have a little bit of a vlog here going on for YouTube. Okay, that's good. Hey, you have nice makeup. That looks, you look perfectly fine. Okay. Don't worry. Plus, next to me, everybody looks good. Okay. Hi. Okay, so let me give you a brief about the project. It's the first community in Dubai to give you the concept of Mediterranean theme. Okay. This is Mediterranean theme. It means that every city that we have selected worldwide of 45 million square feet community of 80 clusters, it gets inspired by this city. Yani, when we started, like as you see here, we started in Santorini. That's why you see the external facade is reflecting Santorini. Uh-huh. White and blue color. Second, we have launched Costa Brava from Spain. We have launched Nice from France, Portofino from Italy, Malta, Venice. One month back, Marbella. And today, we are launching Monte Carlo. Monte Carlo. Monte Carlo. So you get a free Lamborghini. If you want, I can give you free Lamborghini. Okay, perfect. You've got a camera. Five minutes. Five minutes, okay. So. How many villas are in total in Damak Lagoons? Because it's a big project, no? It's a bigger project. 45 million square feet. But what we have done in this project, that we're giving more space for Lagoons, greenery areas and amenities, 70 plus amenities. So it's less than 10,000 square feet community. Sorry, 10,000 units. As I give you a comparison, Damak Lagoons is just opposite to it. Less than 10,000 units. Less than. Why? Because we are giving more space for it. Even the width of the roads internally are 36 meter width. Oh, wow. So we were giving you 7.8 kilometers swammable water. You can do water activities. It's the first project to have swammable water. So total villas and townhouses round about 10,000? Less than. Less than 9,500? Less than, yeah. Okay, okay. Got it, got it, got it. Okay, wow. And when is the completion? What do you expect it? We expect for the first launches we have made in Santorini, quarter 424. And gradually, we're reaching now 30 April 2026, Monte Carlo today. Okay, awesome, awesome. Thanks for the presentation. And then prices, quick one, prices before we go. Starting price right now, 1.9 million. For a townhouse. For a townhouse. And 2.6 million also for a five-bedroom corner unit, where you can get extra roof access for it. And the six-bedroom independent villas starting price, 5.571 in Venice Clusters, where it's all in Luxury's independent villas available. I got it, I got it, awesome. Thank you, dear. Awesome, thank you very much. So, das war ein lustiger Tag hier auf der, sponsored by Azizi, bei der Cityscape. Und funny enough, ich muss ein bisschen Storys erzählen, während ich hier durch die Anzüge durchlaufe, durch die schönen H&M-Anzüge der vielen, vielen, vielen Makler. Die Cityscape hat keine Sau interessiert bis vor einem Jahr oder eigentlich dieses Jahr zuerst. Weil 2019 war, glaube ich, die letzte, dann kam Corona und ich war 15, 16, 17, hier, 18, 19, bin ich gar nicht mehr hingekommen, weil ich dachte, scheiß drauf. Das ist tatsächlich so, das Feedback von allen ist, wir sind ausverkauft, wir sind ausverkauft an Flipper. Wir lassen die Conversations auch so mit drin. Bitte hört, ich hoffe, ihr habt gut zugehört, um euch vor eventuellen Fallen auch selbst, oh, ich laufe hier in die Müllschonne, um euch auch vor eventuellen Fallen selbst zu educaten, damit man nicht so ein Gespräch, den ich gerade hatte, zum ersten Mal führt, dass, oh, alles ist sold out und alles ist mega. Wir sind 2026 in Scholler fertig. Das sind die Gefahren des Dubai-Markts. Das ist ein hochinteressanter Markt. Ich bin selbst Makler hier, ich bin seit zehn Jahren hier, ich kenne den Gesamtmarkt. Ich bin eine eigene Bauteilgesellschaft, mit eigenen Projekten. Ich bin komplett in Dubai selbst investiert als Privatmensch. Also meine eigenen Wohnungen habe ich nur in Dubai, die ich vermiete und halte und auf Wertsteigerung setze, erfolgreich. Und das ist der wahre Weg in Dubai. Und wenn du mehr darüber erfahren möchtest, über meine Investmentstrategie, die ich meinem Team eingeimpft habe, bis in Mark und Bein, dann würde ich jetzt mal unten den Button klicken oder treten und mal hier mit uns in Kontakt treten. Denn wir sind das Gegenkonzept zu einem Großteil des Marktes, ohne jetzt jemanden besonders anzuschauen zu wollen. Aber das ist genau, ja, wir sind das Gegengift. Das Gegengift von den ganzen Leuten, die hier nur flippen wollen und hier schon so oft auf die Schnauze gefallen sind. Ich habe es gesehen, 2014, 2017, 2018. Der Markt läuft wie ein Rollercoaster up and down. Und gerade sind wir auf einem Upspray. Upspray, aber es wird auch wieder down gehen, seid euch sicher. Und dann bin ich wieder der, der am lautesten die Trommel rausholt und sagt, kaufen, 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 jetzt kaufen, jetzt kaufen, jetzt nicht kaufen. Bis zum nächsten Video, peace out. Bis zum nächsten Video, peace out.